Hallo, da bin ich wieder. So, ich komme jetzt noch kurz Ton aus von meinem Fernsehen. Ich werde nicht alles aufnehmen. Ihr wisst beim letzten Mal, ist der Baum noch gewachsen. Ja, schön. Schön groß. Ich lasse jetzt einfach die Bäume erstmal wachsen. Guck mal, vielleicht... Es sieht ja auch manchmal hier, wenn man schon blättern, dass manche Bäume nicht wachsen. So, vielleicht mal das vielleicht machen. So, ähm... Ich werde jetzt nicht die Aufnahme automatisch blenden, also von mir aus. Sondern ich werde die automatische blenden lassen. So. Es ist immer noch Sand im Ofen. Und ja... Wir werden jetzt mal zu dem Baum da runter gehen. Bzw. zu dem... Boy Men. Ja, wie scheint es zwei. Hab gleich einen Apfel gekriegt, wow. Oh, warte mal. Wartet mal, wartet mal. Das ist ja noch in einem Ofen oder was weiß ich. So, äh... Warte mal. Arm und Blick. So, nee. So, ist schon gar nichts da. Funktioniert das? So. Nehmen wir das mal wieder auf. Und wenn du meinen, dann auch in der Zeit für mich. So, wie geht es um... Wie geht es um ein... Und ich... Wie gehen Sie an? Wenn du sie an, dann wieder auf. Ja, die geht es um... Und dann... So. 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 Da ist es fertig, da ist der Sekt, da ist der Sekt, da ist der Sekt, da ist der Sekt. Keine Ahnung, das ist der Sekt. Oder 2x 6x 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 7x 6x 7x 8x 8x 7x 8x 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 9x 8x 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 11x8 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020